Hallo und herzlich Willkommen meine lieben Freunde. Ich hab den Button vergessen zu drücken. Ups. Und hast gerade noch ein Eigentor gemacht oder was? Jupp. Tor für Kater. Tor für J. Klasse. Fick dich Brammen. Ja genau. Fick dich Brammen. Aber wie geil das kam einfach nur. Es sollte eigentlich heißen Tor von J. Wie er das dann noch hinterher sagt. Jetzt so in Zeiten von Olympia und Eishockey in Deutschland so populär ist im Moment, haben wir uns gedacht, können wir mal mit dem Puck spielen. Ja. Mit dem Puck zu spielen ist natürlich wieder so eine Herausforderung, weil der Puck fliegt so scheiße. Er fliegt voll witzig. Nein er fliegt scheiße. Rutschen tut er geil. Weil richtig in die Luft befördern kannst du den nicht unbedingt. Nö. Oh. Alter dieser Joschi geht mir auf den Sack ey. Lass ihn. Lars hat ihn berührt. Wahrscheinlich versehentlich. Wahrscheinlich versehentlich. Ja sie juckt. Das hast du gerade so ausgesprochen wie der hat nen Reifen verloren. Echt jetzt? Ja. Das wollte ich nicht. Oh ey. Achja. Ja. Und das erste Puck Spiel und schon alles für den Arsch. Ja Puck ist echt nicht so gut gerade. Sonst hat das immer Spaß gemacht finde ich. Naja. Wow. Oh. Alter wie hat der Wichser mich gedreht. Oh. 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 Janik. Oh shit. Ja nochmal. Oh. Boah! Anders ging das nicht mehr. BAM! BAM! Ich bin voll dran vorbei gefahren, ey. Ich habe jetzt schon drei Paraden gemacht. Boah, voll dran vorbei. Janik fährt die ganze Zeit rückwärts. Ja, ich wurde gedreht. Jawoll! Ja, nee. Ja, nee. Boah. Ich glaube, die spielen die ganze Zeit Puck. Die wissen, wie der Puck funktioniert. In unserer privaten Treffpunkt 18-Gruppe wurde gerade von einer Person, die sich sonst nie meldet, geschrieben, jemand Bock auf einen Kaffee. Lass mich raten, Michelle May? Ja. Äh, nein. Lass uns auch dauernd sitzen. Ja. Oh, Gata, du Pappnase! Ja, was denn? Das mit dem Sitzenlassen hat mich voll durcheinander gebracht, ey. Echt? Jetzt sitzen lassen? Nein. Da sind beide so, nö. Sie hat uns auch sitzen lassen. Ja, ist so. Irritiert. Scheiße. Ich hasse dieses Spiel. Errungenschaft reingeschaltet. Sahne. Was? Irgendwas mit Sahne. Sahne-Pass? Sahne-Pass? Nö. Sahne-Header? Keine Ahnung. Weiß nicht. Ich muss gleich mal gucken. Warum blinkt eigentlich dieser Puck ab und zu? Ja, das ist der weiße Punkt, damit du weißt, dass du auf ihn fokussiert hast. Jawoll. Sehr schön. So sind die Vorlagen perfekt. Perfekt, Junge. Perfekt. Perfekt, Junge. Ja, schön. Oh. Him, Kevin. Ja, der ist die ganze Zeit dabei. Ja, der ist die ganze Zeit dabei. Mhm. Los, Leute! Oh. Oh. Ich hab ihn nicht so gut erwischt in der Luft, wie ich gedacht hab. Ja, das hab ich mir auch so grad gedacht. Ey, den Yoshi, den kennen wir doch, oder? Warum? Nee, oder? Doch. Naja. Wir haben den Yoshi schon. Wir werden sich Yoshi nennen, oder? Meinst du? Ja, stimmt auch wieder. Bei 1485. Wir hatten bestimmt mal den Yoshi als Gegner, aber an die Zahl kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja. Ja, und vor allem, dass... Weißt du, wie oft wir schon, äh, Frosty oder was auch immer als Gegner hatten? Ich glaub, Frosty make Frost. Wir haben uns echt so gefeiert, ey. Oh. Oh nein! Sehr schön. Ja, toll. Der geht trotzdem vor's Tor. Doch, Mann ey! Alter, ich hab den doch rausgekickt! Was soll denn das? Ich schreib jetzt einfach mal ganz knallhart. Nö. 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 Einfach... Einfach Pfeil. Du hast nicht Nö geschrieben, du hast Noe geschrieben. Ja, Nö. Nein, du hast Noe geschrieben. Das ist Nö. Nein, Noe. Doch, das ist Nö. Wow, der Sweet. Boah, da kommt der von der Seite angepfeffert. Fick dich. Boah. Wird Nö nicht normalerweise... Also Nö ohne Ö mit Pünktchen. Ja, wird's geschrieben. E, O geschrieben oder E, E, Ö, E. Nee, das heißt ein Neo, du Vollflöte. Achso, ja, stimmt. Nö wird eigentlich geschrieben mit Nö. Ein Ö ist ja ein O, E. Ja. Achso, ja, stimmt. O, E. Ich hab selber gerade voll Brainlag, Alter. Ja, ich merke das schon. Ich hab eben gerade bei A, E so, ja, A, E, also Ä ist ja A, E. Da muss ja Ö, E, O sein. Einfach nur dumm. Ich hab ne Kiste gekriegt. What? Ich hab schon gefühlt 4000 Runden keine Kiste mehr gekriegt. Ich hab auch schon ne Kiste. Das ist doch das erste, was ich heute gekriegt. Nee, das zweite. Andermal hab ich aber keine Kiste gekriegt. Ja ne, drück mal. Halt die Gorschen. Geht doch. Bei mir hat der ja schon längst gedrückt, bei mir warst du nicht gedrückt. Nö, das hab ich von Anfang an gemacht. Nö. Bei mir war bei dir kein Häkchen. Ups. Oh, ich bin doof. Ja. Oh, ich bin doof. Ich bin allein. Ich bin doof. Oh. Ey, was machen die Leute da? Guck mal, die blockieren sich gegenseitig. Ja, ist doch gut. Unser gegnerisches Team. Ja. Ist er. Ja. Ja. Schatz. Die haben eigentlich nur noch selber gespielt. Ja. Guckst du dir an. Äh. Ja, moin. Oh, ich bin drüber gesprungen. Das ist nicht ganz so witzig beim Puck. Jetzt schreibt Yannick einfach Nö. Auch die Arme. Die lässt, die sagt auch nie ab und wir haben wenig so viel Anstand und sagen Nö. Ja. Ich antworte gar nicht erst. Weil, ja genau, das ist nämlich doch das Problem, was sie immer macht. Nein. Jawoll. Sie hat gefragt. Fick dich. Was macht sie, wenn wir fragen? Sie antwortet. Sie sagt, sie kommt. Und dann kommt sie doch nicht. Und dann schreibt sie nicht. Warte mal das letzte Mal, Brix. War das nicht sogar ihr Vorschlag? Ja. Ja. Deswegen. Haben sie selber nicht. Ja, weil was dazwischen gekommen ist. Ja, dann sagt man ab. Nö. Das wäre ja dumm. Geht ja auch gerade gar nicht, ne? Wenn sie gerade beim Fickificki ist, dann geht das nicht. Äh. Ja. Man vergisst das glaube ich immer wieder mal, dass sie andere Verabredungen hatte. Nee. Die hat mit Sicherheit wieder einen Kerle zuhause gehabt. So. Von wie auch immer. Und dann hat sich plötzlich was ergeben. Von wo auch immer. Nicht von wie auch immer. Ja. Und dann konntest du wieder nicht. Oh ja ja. Ja komm da. Oh ich werde zerstören. Jauernik. Jauernik. Nicey Scheiße. Ah. Gut zerstört. Nice. Das wäre so. Fick dich. Der musste kommen. Ähm. Stell dir vor, wenn du zerstört wirst, verlierst du alle Punkte und Tore die du geschossen hast. Das wäre richtig nice. Sowas wie bei. Ja. So kommt. Das wäre mir egal. Ach. Scheiße. Jauernik. Komm wieder meine Vorlage. Da. Spiel du alleine. Wer? Genau. Alter. Warum bin ich auf dem letzten. Achso. Ich und Jannik. Äh ich und Jannik. Lars haben die gleiche Punktzahl. Oh nein. Nein. Oh Mann. Ich wollte ihn gerade retten. Der ist bescheiden geflogen. Ich wollte mal zu null spielen. Ja aber guck's dir an. Das schaffen wir so gut wie nie. Äh. Also in letzter Zeit. Ja ja. Ja in letzter Zeit. Mit drei gemeinsam spielen. Ja. Einen fangen wir uns komischerweise immer. Ja. Oder wir gehen voll hart in Führung und dann verlieren wir noch. Oder das. Sehr schön. Jawohl. Alter. Wie scheiße ist der denn geflogen? Ja. Irgendwie schon ne? Ja. Er kommt da. Oh Mann. Was? Das war sogar mein Tor? Ja ja. Du hast direkt reingegangen. Geile Scheiß Alter. Was war das denn? Ich hab vorher gekriegt. Ach der hat sich reingedreht. Hahaha. Der war ja nice. Der war echt gut. Ja. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass das passiert. Gutes auch. Ich hab vier Tore, aber nur drei Schüsse. Ja, weil das eine ist nicht von dir geschossen reingegangen. So. Ich weiß. Aber das find ich immer witzig. Was? Und ich hab nen Befreiungsschlag gekriegt? Habe ich? Nix. Meiner. Jawohl. Was? Nix. Guck's dir mal an. Geil. Ich dachte eigentlich durch meinen Drehn hätte ich es geschafft, aber dann hast du mich doch noch angeschubst. Lag das echt in der Vorrunde nur an dem Yoshi, dass wir so hart abgekackt sind? Ja. Ja. Oder haben wir einfach nur mega viel Lack diese Runde? Nein, das lag nur an Yoshi. Scheiße! Nein! Ich wurde als nur noch weggekickt. Ich konnte nichts machen. Ich bin gegen die Wand gefahren. Guck jetzt ins Tor. Pfff. Ah. Das war nice. Hahaha. Wie geil das aussieht, ey. Au! Boah! Alter, wie schnell ist der Ball geflogen? Ah. Ja. Also der Puck meine ich jetzt, ne? Ja, der hat da ganz schön ein Sweet drauf. Der ist auf einmal von der Mitte nach links durchgeschossen wie eine Kanone. Ich will nicht für die Kanone, die Kanone kann ja eigentlich nicht fliegen, ne? Kanonenkugel wärs ja in dem Fall. Mach einfach den Mund zu. Nein, macht Spaß. Nein! Ich bin nicht mehr dran. Ach, Mann. Das ist das Problem, was ich gerade gesagt habe. Wir gehen halt den Fühl hoch und verlieren. Aber ja, wir fangen wir uns um die Tore. Ich hoffe, wir verlieren das Ding jetzt nicht nochmal. Na. Äh. Alter, ich hab ja gar keinen Boost. Ich geh halt nur noch um die, durch die Gegend gefickt. Oh. Ja? Ja, nein. Neun. Neun. Nein, du hast neun gesagt. Ich weiß. Tor für Peter, Junge. Oh, der wär noch reingegangen. Der wär reingegangen, aber ich weiß nicht. Von dir hat er, ne? Nein, das war Yannick. Ne, war das nicht. Nicht? Einer hat den getroffen, der wär reingegangen. Ich hab ihn noch berührt, ja. Aber das war nicht so, dass ich sage, dass er ins Tor fliegt. Er ist von mir aufgekommen und es hätte genau gepasst. Okay. Eine Runde haben wir noch. Eine Runde haben wir noch. Ja. Gestern war ja Pokémon Day, ne? Dratinis fangen, ne? Mhm. 100 Dratinis haben wir gefangen. 4 Shinies. Alter. Ja. Und das, das verhinderte daran in der ganzen Geschichte ist, dass, äh, Shiny Dratini ist pink. Ich wollt grad fragen, welche Farbe das ist. Und das Shiny Dragoram, was dann entwickelt hat, ist grün. Ja, das, mit Dragoram wusste ich, dass das grün ist. Ja. Ja, liebe Leute, der Fallwolf ist einer der Pokémon-Spieler der ersten Stunde bei uns. Und er spielt's immer noch. Immer noch. Beim ersten, beim ersten Account. Und bald Level 40. Ja. Die meisten, die würden sagen, ja, das dauert viel zu lange, du bist lahm, arschig. Ja. Es gibt ja schon einige legiti-, äh, legitime, ja. Echte Level 40er, die ohne Bots gespielt haben. Ja. Nein! Danke, Lars, Alter. Ich bin seit 17 Minuten gefühlt, ja, ohne Boost, ey. Und dann klaust du mir den einzigen Boost, der vor mir steht. Ja. Ja. Wiesst du mal, was du vorhin alles gemacht hast? Haha. Ja, stimmt auch wieder. Oh, shit. Fuck. Ah. Gehändert euch doch nicht gegenseitig. Ja. Ja, ich dachte, er fährt noch rechts weiter, aber er bleibt einfach weiter hinter stehen. Ja, er müsste mich doch eigentlich sehen. Ja, ich hab dich erst zum Schluss gesehen. Ach so, dann ist doch scheiße. Ja, komm, der geht nicht. Ja, der war zu weit nach links gedreht. Noobinub. Der Typ weiß Noobinub. Nein, der geht nicht rein. Oh nein. Oder auch die Ballern rein. Warum waren wir jetzt alle wieder im Angriff? Komischerweise. Weiß ich nicht. War so. Ist so. Nein, ich frage mich, warum das jetzt... Stopfst du dir nebenbei eine Zigarette? Nein. Hat sich so angehört. So. Als ob du deine... 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 Oho, nein. Oh уж... Alles klar! Super! Was denn? Der Kater haut mich weg, Yannick kommt von links, haut den Kater weg. Super. Und den Ball trifft keiner. Das habe ich gar nicht gemerkt, so weißt du, ich war so Brain AFK wieder. Wo gefährlich, was der Typ da macht. Was war das denn? Fall drüber. Hat der eigentlich unendlich Boost, ey? Wer? Der hat immer Boost, wenn ich den sehe. Der Nubi-Nub. Ja, vielleicht hat der irgendwie Noob-Faktor oder so. Ja. Alter! Nein! Was machst du voll Blöde denn? Und? Ja, am ersten habe ich den getroffen und dann habe ich eigentlich Boost machen wollen und bin aus Versehen auf den Springknopf gekommen. Sonst hätte ich ihn noch rausgekriegt. Da, auf einmal, zack. Ups. Scheiße, scheiße. Du hast doch vorher Boost gegeben. Wie kannst du dann denn die Knöpfe verwechseln? Ja, mein anderer Finger wollte er plötzlich mal sich bewegen. Ich weiß auch nicht. War einfach so. Mein anderer Finger wollte sich dann einfach mal bewegen. Mach ihn! Jawoll. Weißt du, erst macht er ein Eigentor und dann macht er das Tor. Das ist so eine Flachpfeife. Ich muss das ja mal klarstellen, ne? Was willst du klarstellen? Dass du einfach ein Vollmongo bist? Ne, dass ich ein Eigentor gemacht habe, also muss ich das wiedergutmachen. Das bin ich mir bei Null. Ach so. Ja, wiedergutmachen ist was anderes wie klarstellen. Ja. So. Vorlage. Oh, der ist auch schnell. Ohohohohoho. Der war zu weit. Ohohohohoho. Vorlage. Weißt du, so fünf Kilometer vom Tor entfernt, Vorlage. macht was draus. Das war wieder meiner. Ja. Der ist über die Kante gerollt. Dann hat er sich so komisch gedreht. Das ist aber auch nur der eine, ne? Nur der Noobinub. Jawoll. Jawoll. Sandstor. Äh, Sahnehäubchen hast du gemacht. Ja, Sahnehäubchen, genau. Wofür kriegt man das? Warte. Wahrscheinlich für so und so viele Tore mit dem Puck. Keine Ahnung. Ich sehe nicht, für was man das kriegt. Muss man nachher gucken. Ja. Genau, bremst ihn ab. Alter, das war ein Torschuss. Mal's. Mal's. Oh nein. Nein. Lars, Alter, du bist. Was denn? Du hast gerade, Yannick, voll weggekickt. Ja. Jawoll. Jawoll. Alles gut. Das hat zu dieser Situation geführt. Das war geil. Der war gut, ey. Die Entschuldigung, die akzeptiere ich mal ausnahmsweise. Ja. Das ist gut. Oh ne, schade. Ja. Wenn er nach vorne geflogen wäre, dann hätten wir es vielleicht noch geschafft. Ja. Wie lange geht so ne Folge eigentlich? Jetzt vorbei. 20 Minuten, die ist jetzt vorbei. Okay. Ich wünsche euch viel Spaß, meine Freunde. Bis zur nächsten Folge, ja? Und ich hoffe, dass beim nächsten Mal auch mal kein Eigentor dabei ist. Tschüss. Tschüss.